Ich war mal wieder shoppen. Produktlink packe ich euch dafür in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Kennt ihr schon? Das hier, ja was ist das? Das ist ein Mini-Bügeleisen. Eigentlich sind die Dinger produziert worden, damit man bei Schuhen zum Beispiel Lederfalten ausbügeln kann. Dieses Mini-Bügeleisen werde ich aber anders verwenden. Also ihr seht das hier, Mini-Bügeleisen. Übrigens da ist auch schon direkt so ein Adapt dabei, damit man es natürlich auch in Deutschland verwenden kann, weil das hat keinen deutschen Normstecker. Mini-Bügeleisen. Wofür braucht man das? Wenn ihr Customizer seid, Sneaker-Designer, wie auch immer. Nennt's wie ihr wollt. Einmal um Lederfalten auszubügeln, aber zum Beispiel auch, wenn ihr mit so Plotterfolien oder Textilfolien arbeitet, was ich machen werde, dann könnt ihr nämlich mit so einem Bügeleisen gerade auf Sneakern deutlich besser in die Ecken bügeln und feiner arbeiten als mit einem großen Bügeleisen. Ja, Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung, Kommentare. Ich bin gespannt. Geile Folie.